Okay, und jetzt... Knautilus! So hieß doch schon jemand, oder nicht? Nee, niemand. Okay, und es ist... Ich bin stinksauer! Ihr seid für den Untergang! Okay, ihr seid für den Untergang! Meines super geheimen U-Boots verantwortlich! Warum auch immer wir jetzt dafür verantwortlich sind! Ihr habt zum letzten Mal meine Pläne durchgeführt... Vor allem, was heißt Untergang? Der ist doch aufgetaucht! Ja, eben. Jetzt geht's richtig los! Okay, das ist ein extra Boss, schätze ich mal. Ja. Ich hab aber Angst! Man hat sich doch voll lustig über ihn, oder? Ein Schneckchen eingepollert! Sportet nicht! Nehmt dies, ihr frechen Affen! Dass sie sich immer über die Gegner lustig machen! Die sind immer im Angesicht... Ja, toll! Ich wollt's vielleicht aufheben! Äh... Oh! Ja! Was soll ich denn sagen? Okay, wie müssen wir den denn bekämpfen? Der ist nur im Hintergrund! Au! Na toll! Das ist ja mies! Roger, jetzt! Bean! Jawoll, grad noch, aber... Was machst du denn jetzt? Ich glaub, hier passiert mir nix, ne? Okay. Pfff! Kannst du ihn gleich nochmal abwerfen? Ne, anscheinend nicht. Ich treff nicht! Achso! Du kannst aber einfach über ihn fliegen! Naja, geil! Nein, pfff! Jetzt noch nicht! Super! Ist echt spannend bisher! Total! Ist das alles? Auf jeden Fall! Okay, jetzt wird er wieder stinksauer! Jetzt wird er noch saurer! Saurer! Er wird nicht sauer, sondern saurer! Hä, doch noch nicht? Hä, ja, wann legt er denn mal einen Zahn zu? Ach, wird er schneller! No, was? Ich krieg kein Fass gegen mein Gesicht, aber das macht mir nichts aus! Da musst du einen Propeller treffen! Du musst dir vorstellen, wie er so ein Fass ins Gesicht geschmelt bekommt, das so emotionslos weiterfliegt! Okay, jetzt brauchst du aber schon zwei Fässer! Also, hat sich schon verändert! Jetzt hat er sich! Jetzt macht er was! Oh Gott! Das macht er jetzt einen gewaltigen Unterschied! Ich weine gleich! Vor allem, weil es sich immer nur den gleichen Takt hin und her bewegt! Ja, das war doch ein Treff! Ach, du musst den Propeller treffen! Ja! Ich dachte, man muss einfach nur ihn treffen, immer! Oh! Ja, was? Seid ich da! Schon wieder? Ich war's heute noch so ein bisschen rum! Ja, es ist gerade irgendwie ein bisschen... Aber es ist einfacher als der... Äh, es ist schwieriger! Ja, es kommt noch, oder was du meinst? Äh, was? Muss ich jetzt machen? Oh, jetzt wird's gemein! Oh! Jetzt musst du das fast benutzen! Also, das ist mal nicht schlecht! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Kommt von der anderen Seite, glaube ich! Dass die das so gemacht! Das ist ja genial! Dass ich das nicht anfassen, wenn da diese Kacke... Was? Ich treffe ihn nicht! Wieso nicht? Stell dir das Fass ab! Ich werfe jetzt einfach ohne nach oben! Ich werfe jetzt einfach... Was? Das geht gar nicht! Äh, von wo kommt jetzt der Schuss? Okay, von rechts wieder! Wie sind wir in den Treffen? Du, 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 du! Jetzt! Na, das war ein bisschen zu spät! Nee, irgendwie! Boah, das ist... Ein Bullshit! Die Boss-Musik ist schon cool! Yay! Du hast es geschafft! Noch drei Mal oder so! Upsala! Da fünf oder zwanzig! Ja, das würde ich im Zutrauen! Er hat bei der ersten Form auch schon unmöglich viel ausgehalten! Alter! Ich raste! Abstellen! Okay! Das ist sau schwer, den zu treffen, Mann! Ja, man merkt's! Gott! Da hat man gar keinen Platz, irgendwie! Ich fand, dass du die Rennstasse nicht drücken, weil du sonst den... Wenn du ausweichen willst, weil du sonst das Fass aufnimmst! Aufnimmst! Komm! Okay! Wo ist das Fass? Wo ist das? Das war jetzt beschiss! Ich glaub, du bist... Ja, da ist es jetzt! Ja, hä? Das wäre jetzt Betrug! Ja, den machen wir noch in diesem Part, mir egal! Gut, dann wird das ein langer Mann! Aber jetzt fangen wir wieder von vorne an! So wie der Bosskampf so lang! Außer, dass er an sich lang dauert! Der Hebris muss eine Presse voll gegen sein Kind! Ich hasse es, dass ich immer so extrem failen muss! Ah, ist ja kein Problem! Oh, schaffst du das? Schaffst du das doch? Beam! Aber natürlich! Aber natürlich! Ja, vielleicht wenn es zu lange dauert, dann schneide ich das einfach in zwei Parts! Ganz einfach! Ja! Ja! Du hast nur das geschafft! Drück mich nicht! Wobei, ich mach das jetzt einfach so! Haha! Sollst du das nicht so treffen schon? Ja! Und wie sie watschelt! Nein, 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 nein! Die macht ihn halt über so lustig! Sie spottet! Was? Du hast ganz seinen Hintern abgeworfen! Warum auch immer! Ich weiß nicht! Also, irgendwie die Hitbox, wo ich ihn treffen kann, ist ein Millimeter groß, hab ich sonst Gefühl! Ja, seine Maschine halt! Das ist eh komisch! Wir besiegen ihn, indem wir seinen Propeller zerstellen! Ich mein, der könnte auf den Füßen stehen und uns seine reinhauen, aber nein! Oder? Ja, also irgendwie ist es ein bisschen... Wieder die Logik ist halt fraglich! Haha! Eben! Oh! Jetzt machst du aber Snipertreffer, das ist ja... Positiv für KDA, würde ich sagen! KDA! Du 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 du! Oh! Oh! Sniperchen aber echt weg! Ja! Sag ich doch! Oh! Es dauert einfach so lang! Wie oft man einfach treffen muss! Also, dass wir die Fließbande da sicher wirklich sparen können! Ja, später kommt das Fließband und das Teil, was um das Fass rum kommt, zusammen! Ja, okay! Das ist mies dann! Oh, oh! Der Kleinkriminelle da! Ich weiß nicht, wie man ihn am besten trifft, ob ich das... Ich verstehe nur nicht, wie er mit Chaos eigentlich... Ich verstehe nur nicht, wie er mit Chaos eigentlich die Welt erobern wollte! Ja! Das ist komisch! Und du zum Beispiel jetzt, das ist ein super geheimes U-Boot! Ich meine, was hat der da drin gemacht? Gar nichts, die ganze Zeit! Pornos geguckt, was ist ich? Ja, bestimmt! Kremling Pornos! Äh! Oh, jetzt! Boah! Das ist... Sehr mies! Fandest du ja das fast überhaupt nicht berühmieren, dass auch noch das absorbiert, Gott, bitte! Äh... Sterben! Du darfst nicht sterben! Du darfst nicht sterben! Oh nein! Was mache ich? Oh mein Gott! Okay, jetzt aber Konzentration! Ja! Psst! Psst! Dann schnell gucken, von wo das Teil kommt und dann... Das ist aber der letzte Treffer, den du brauchst, oder? Nein! Ein immer noch nicht! Doch! Ja! Was? Was macht der da? Spin the wheel! Du spinn me right! 41 Ding, Donkey Kong Münzen! Wow! Das geht automatisch jetzt! Automatisch speichern! Hey, Oma! Wir haben ihn besiegt! Du hast also Kinky Lützchen besiegt! Guck, Kinky Rule! Kinky Rule! Es ist doch Kinky Rule! Oh mein Gott! Die seitdem du fortgängst, sind diese netten Vögel hier ziemlich unruhig! Also Kinky Rule... Die größte Enttäuschung überhaupt! Die größte Enttäuschung überhaupt! Wie es hinzieht, vielleicht kannst du Funky um Rad fahren! Okay! Also... Die Lösung wird einem hier quasi in den Arsch gesteckt! Im Spiel! Und auch Speichern natürlich! Also Kinky Rule! 99%! Es fehlen immer noch welche! Ähm... Ja... Äh... Was soll ich gerade sagen? Sag's mir! Kinky Rule ist die größte Enttäuschung überhaupt! So ein mächtiger Gegner! So... Mächtige Transe geworden, der Typ! Auf gut Deutsch! Ich versteh's nicht! Wow! 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 Donkey Kong 64! Ist er wieder normal! So als König! Mit Boxkampf halt und sowas! Yo, 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 yo! Meine Haar! Achtung! Du hast tatsächlich alle die Kymunzen gefunden! 41 kommen statt zwei, mir egal! Das ist mir jetzt aber doch peinlich, Kitty! Ich dachte nie, dass du sie alle findest! Es gibt nichts Neues zu sehen! Ähm... Oh Leute, Kitty! War doch nur ein kleiner Scherz meinerseits! Hier ist der neue Funky Copter! Das ist doch... Wow, Gyrocopter! Das ist doch voll mies! Der wartet, bis du dein Leben zweimal geopfert hast im Kampf gegen King K. Rool, bevor er dir was schenkt! Wow! Das ist aber echt cool! Das ist geil! Woohoo! Oh mein Gott! Jo, jetzt gibt's noch drei vier Inseln zu finden! Das ist großartig! Oh, da ist eine Höhle! Und da wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit! Das ist die Schwere! Okay, pscht! X-Quadrat! B! X! A! Z! B! Grün! Gelb! Blau! Lila! Kein Problem! Das war voll wenig! Ich hab das viel schwerer an Erinnerungen! Ja, ja! Das waren die anderen beiden aber schwerer! Ja, das kann gut sein! Wo auch immer dich sein, ja! Also, ich würde jetzt sagen, es ist nicht mehr lange übernehmen! Wir werden es nie erfahren! Das ist der letzte Part! Nein, was? Was? Was ist? Es kommt jetzt eh nicht mehr viel! Ich würde sagen, wir nehmen das jetzt einfach fertig auf! Und das heißt, es machen zwei Parts oder so! Hurra! Endlich hat mich jemand gefunden! Die sehr schreckliche Kinky Ruh hat mich eingesperrt! Und ja, wir machen das kurz fertig! Was zur... Hinter dieser Bewehre des Bösen sind siehst versiegelt durch einen Zaubspruch! Ich konnte zwar einfach dran vorbeilaufen, aber scheiße! Dann kommandierte er diese fiesen Kremlings ab, um zu verheben, dass ich von dem Fluch befreit werde! Einfach nur hinter der Wand zu stehen! Meine armen Kinder! Nur sie zusammen können den Kristallschlüssel brechen! Ah, dafür brauchen wir die Bananenvögel! Langsam wird's hier Science-Fiction-mäßig! Bitte, Kitty! Finde meine Kinder und bringe sie so schnell wie möglich zu mir zurück! Es ist wichtig! Das Leben! Jetzt geht davon ab! Als Gegenleistung werde ich dieses Landfilm von diesen schrecklichen Kinga Ruh befreien! Da geht jetzt nur das Stargate auf und dann müssen wir die Zeit zurück und alles verändern! Ja, wir müssen mit Donkey Kong Country 2 zurückreisen, bevor Kinga Ruh da war! Dann sind die Lämpfe ganz anders aufgebaut, weil es damals noch anders aussah! Hey, das ist voll die geile Idee! Wir sollten auf! Ähm, hier beim Wasserfall würde ich sagen? Nein! Also ich gebe den Tipp, unten steht der Name von der Insel, wenn du eine findest! Oh! Hä, aber da stand doch grad was! Jaja, das war aber die Wasserwelt! Oh Gott! Hm! Hm! Das ist doch hier ganz... Ja, dachte ich mir doch! Das war ein bisschen arg! Das versteckt offensichtlich! Okay! Mal gucken, ob ich das auch hinkriege! Ah, verdammt! Okay, das ist schon fieser gewesen! Mhm! Und ich war schon dümmer! Warte! Mal gucken, ob ich das jetzt hinbekomme! Oh Gott! Oh Gott! Noch mal rot, glaube ich! B? Rot! Oh, Killer! Jetzt fehlt nur noch ein Bonus! Das ist das schwerste wahrscheinlich, von dem du erzählt hast! Das wird gieß! Ich weiß nicht, ob es noch ein schweres ist! Okay, ähm... Hm? Haha! Verdammt, hat der Lutscher das echt gefunden! Muhahaha! Alter! Alter! Hahaha! Hahaha! Das ist jetzt... Das ist jetzt echt schwer! Aber jetzt! Denn hier muss nur noch Matsche! Ich seh's jetzt schon! Nein! 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 Kann das nicht blau gewesen, oder? Kann das sein? Nein! Das letzte! Ach komm schon! Also sowas hättest du mir gar nicht mal gemerkt, gell! Gott! Ich bin schon rausgekommen! Es gibt neun Töne! Warte mal! Okay! Okay! Jetzt! Und jetzt! dann! Du hast es geschafft! Du hast es geschafft! Du hast es geschafft! das war neun das war neun nur ja das ist echt heftig aber das war's jetzt oder jetzt müssen wir zur speicherhöhle zurück welche und hier ja die haupt höhle sage ich mal dass man das blutzeug nur dafür benutzen kann das ist so schade ja einmal viel cooler machen können aufgeregt zu sein sieht aus als wurden sie dich mitnehmen das boot cranky wird sich schon und nein nicht cranky na hin er wird uns umbringen der riss war zu fährt so in fang das würde sein rekord nicht gebrochen wird das aussieht ich werde hochgetragen du hast es geschafft dass alle kinder entdeckt jetzt wird kinky rules fluch von mir weil ich fertig kinder dann singt mit mir alle meine ähnchen schwimmen auf dem see schön dass du schön dass du das saust wirklich als er doch einfach dann vorbeilaufen können das heißt bananenschale die darunter hängt ich bin endlich froh dass wir wieder eine familie sind was wir denken wie die kitty ja was ist mit mir nix da sie hat nicht geholfen jetzt ist eine lektion zu teilen die er sein leben lang nicht vergessen wird nur ich allein habe es geschafft erwartet man dass sie mit einem ketten mit einer kettensäge im schlaf töten oder sowas aber nein er hat so brut geklaut das gilt man muss ich was machen ja toll hallo diese action die reist nicht so fit ich meine was will er denn anderes machen es gibt in der welt einfach nichts außer diese ist ein scharf und vergisst alle action spiele bis jetzt bevor ihr das gespielt okay ernsthaft die presst eine halbe eierschale aus sich heraus weißt du das beste ist ja beim geheimen ende von donkey kong country 2 fliegt er vom turm und wird von heim vielleicht die maschine die explodiert und hier kriegt eine banane hier hat die wollten zeit ein bisschen verharmlosen ja wahrscheinlich meine bestzeit von zwei stunden 20 zu schlagen niemals vor allem alleine okay das war es dann definitiv und komplett mit let's bett together im country 3 war ein schönes projekt ich hoffe dass du hier hatte auch so viel spaß und ja in zukunft wird mir aber immer noch irgendwas zusammen mal jetzt plane ja du bist auf jeden fall dann dabei sein wenn das so weit ist dann ein letztes mal bye bye